hallo ihr lieben wir treffen uns im garten heute ist so ein tolles wetter blauer himmel und weise wolken es ist ganz herrlich ja und ich habe gedacht ich erkläre ich mal so ein bisschen die werkzeug ist das was ich gelernt habe also das hier ist eine rübenhacke sie ist hier vorne ganz geschliffen ganz scharf und damit kann man dann ganz einfach das unkraut weghacken so wie ich es nachher bei den kartoffeln mache also ihr werdet es sehen es weiß leider niemand wie das heißt aber damit kann man die wege zwischen den beten sich frei machen und das ist so herrlich da geht man nur einmal durch und schon geht alles unkraut mit und es ist so breit wie der weg und von daher ist es einfach genial schaut euch an ich werde euch dann auch zeigen wie das geht gut okay und jetzt gehen wir mal vor zum saatschrank wo das ganze saatgut drin ist also kommt mit da gehe ich jetzt mal mit euch stangenbohne ohne kräuter 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 krä Und schöne, schöne gelbe Rüben, die nehme ich auch mal mit. Eiszapfen, Radies, die nehme ich mit. Wow! Oh, auf geht's! Das war's. 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 Das war's.